Ich glaub's nicht. Kaum mache ich das auszugehen, schaffe ich das beim zweiten Versuch. Egal, ich begrüße euch hiermit erstmal zurück zu Devil May Cry 4. Und da oben ist schon wieder ein guter alter Freund von mir. Was, habe ich einer gesagt? 2! Wenn die alleine auftauchen würden, wäre es ja auch langweilig. Deswegen, man, ich hab dich doch gegriffen. So. Ich stück durch die Wand durch. Mein Problem ist nur, ich hasse das, wenn ich eine Mission nicht in einen Card schaffe. Und wenn mich dann sowas auffällt, dann weiß ich nie, wie lang ich darf nur bauche. Ui. Vielleicht noch einer. Ach, ich will mir erstmal die Punkte. Wenn da ein Problem hat, soll ich herkommen. Der hat echt ein Problem. Ich schieße ein bisschen auf mich. Ui. Und aufgeschlossen. Nimmst du noch? Ja. Das ist nur die Frage, wie lange du noch lebst. Wow. Ich glaub, das war der stylischste Kampf gegen so einen Typen, den ich hier hatte. So, ich renne weiter. Und gleich wieder Gegner, wenn wir... Nein, doch nicht. Was ist denn hier los? Warum... Er flügel-Talys bei mir im Einklang mit der Maschine zu vibrieren. Sie haben den Flügel-Talys mal benutzt, den ich da von Kiri bekommen hab, ja, aber... Das finde ich etwas seltsam. Da Niro den doch am Anfang des Spiels gekauft hat, oder? Wo bin ich denn jetzt? Was ist das schon wieder? Noch mehr neue Gegner? Ja, noch mehr Spaß an der Freude. Ne, ein paar Engel. Und ein paar Nerven, die Engel. Und kommt her. Okay, Devil Trigger bringt mich nicht mehr. Und komm her. Und jetzt das. Und Wrestling. Und in your face. Und... Aua. Komm schon. Und... Aua. So, da haben wir es mit dem ersten aufgenommen. Und... Und... Aber ich muss überdenken, ich habe jetzt... einen neuen Part, aber... Das ist noch... Keine neue Mission. Das heißt... Das ist... Uah. So, und das war es jetzt auch mit dir, Kollege. Ne, 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 ne. Die mag ich überhaupt nicht. Die mit dem Schwert sind ja auch noch schwierig. Die mit dem Schwert sind ja schon... Ein paar Arsche, eher schon, aber... Warum glaube ich das? Ne, geil, muss man keine Lust. Weiter geht's. Oh. 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 What took you so long? You. What are you doing here? Forget it. I don't have time for this. And neither do I. So I'll cut to the chase. I'm here for the sword. Your point being... Hmm. It was originally, my brothers. Return it to me. And I'll let you go, kid. Well. That's right. See, I think you're blood of pretty pig when I take your own... Oh. Helpful head. Take a tip from the elders. Dann wir müssen das Schwert von... Nero äh, Virgil wieder haben. Also Nero hat es jetzt. Virgil gehört es mal. Aua. Aua. Aber... Dante. Da steht da nicht so viel Spaß drin. Aua. Hör doch auf. Aua. Das tut doch weh, Dante. Warum tust du mir das gut an? Aua. Boah, meine Taktik geht nicht mehr auf. Du bist echt nicht nett. Aber die Musik gefällt mir. Warum springst du denn hoch? Sogar hat es. Aua. Ich muss den Schlag irgendwie kontern. Und dann... Aua. Natürlich war es klar, dass man den nicht kontern kann. Aua. Tja, du kannst deine Waffen nicht so schnell wegstecken. Ich darf sagen, dass diese Waffen nicht so schnell wegstecken wird. Ich kann nicht mehr auf der Kanzlei flachen. Ich kann nicht mehr auf dem Kopf... Ich kann nicht mehr auf dem Kopf... Ich kann nicht mehr auf dem Kopf-Fatristen... ... sondern die Kanzlei schafft... Aua. Wenn man bedenkt, dass in Devil May Cry 5 sogar der ganz Böse ist irgendwie, naja. Das war's. Du bist noch nicht, Junge. Was ist das Problem? Warum die Glare? Du bist als wenn du mich gerade spielst. Das Worte war, um unsere Welt zu verbreiten, von den Demen. Ich kann nicht so etwas von diesem Worte fliehen jetzt, kann ich? Es muss in der Familie bleiben. Ich brauche das. Und es bleibt. Jetzt, dass du calm und cool bist, weiter geht. Hey! Was ist dein Name? Nero. Du bist Dante, oder? Nicht ein schlechtes Name. Es ist auch dein. Das regal Töne sich passt! Ich bin aufzempricht. Du bist sicher, dass du ihn gehst? Ja, das kann er die Berg. Ich weiß, dass es nicht mein Glauben ist, aber das könnte es so schlauert. Das könnte es so schlauert. Du bist sicher, dass du ihn für ihn? Na ja, wenn das Kind aufhört, dann muss ich nur seinen Arsch kippen. Ich bedanke mich für Ihr Zuschauen und hoffe, Ihr schaut bald wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal bei WMG4.